Wuuuuh! Ich weiß, ja. Warum küsst er ihn jetzt so? Auf jeden Fall, der Part war schon sehr nice von ihm. Wie er so gebrettert und die ist mit... Was ich immer... Er von dann zu rappen, das ist so hart. Der typische Deutschrap, so hart. Und dann kommt er irgendwann runter. Was geht Leute? Wir sind's Niggas with Entertainment. Ich bin's Efrem. Ich bin Kwame. Ich bin's Abdul. Und heute machen wir ein Reaction-Video zum neuen Lied von Luciano Featuring Nemo, Valentino Camouflage. Let's go! Let's go Leute! Freak! VALENTINO Camouflage VALENTINO TRETA CAMOUFLAGE We're Valentino Camouflage We're Valentino Camouflage We're Valentino Camouflage VALENTINO CAMOUFLAGE Foto-Banger, Mulatou in Camouflage, nur Solo-Cola Vida, noch mehr Leca an die Waffe Ba 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 M ist in Kauf Bis jetzt schon? Sollen wir schon was sagen? Digger, krank ist es jetzt Das ist fresh, fresh Fängt schon gut an, ne? Ehrlich so wie Luciano der Leistin, Digger Immer diese Bretterstimme auf jeden Fall Auf chill fängt immer an Man merkt schon, dass wir noch eintrig Dann hat Dings im Hintergrund nie im Ouhuuhu Gefeiß, ja Auch chillig Luciano sieht aus wie ein richtiger A*****er, also ein richtiger A*****er. Hä? Er sieht so aus, als würde er irgendjemanden umbringen können. Das ist gefährlich. Komm weiter, weiter. Auf jeden Fall, der Part war schon sehr nice von ihm. Wieder so gebrettert und dies mit der Frau oder so. Da ist er so auf Chill und dann dieses Brettern, das passt gut zusammen. Man merkt, dass es harmoniert miteinander. Und dann kommt er irgendwann runter. Und dann kommt er mit so kleinen Stimmen. Nicht klein. Und dann kommt er wieder hoch. Das ist voll geil. Das ist voll geil. Das feiere ich ohnehin. Komm weiter. Nio ist so ein hyperaktives kleines Kind, Digga. Junge, aber er spricht aber Roman zu die ganzen Zeiten. Aber das passt schon, er ist so Luciano so mit seiner Stimme, dann halt er so mit seiner bisschen helleren Stimme. Nimo, er rappt gut, ja. Er hat gut gerappt, meiner Mann. Ehrlich. Bis jetzt, ne? Bis jetzt. So gerade so, er rappt gut. Guter Flow, ey. Aber das Ding ist, bei Luciano ist das gerade nicht so, es geht so um Geld, wen er alles immer so fickt und so, weißt du? Ja. Letztens hab ich noch gesagt, die meisten reden immer über was anderes. Ja, ich weiß. Aber Luciano hat auch darüber gerappt, ne? Also, was er meint mit Valentino Camouflage. Das ist doch eine Marke oder so, ne? Ja, ich glaube. Das ist irgendein Schuh oder so? Genau. Valentino. Keine Ahnung. Diesmal er rappt nicht so mit Bitches und so. Ja, ich weiß. Ey, da war Aslan und Abdi gerade. Habt ihr gesehen? Kennt der Divo? Ja vom Hörnix. Am locht, in der Deutsch rappt den. 3-8-5-i. Es ist zuende gleich, ne? Alles vorbei. Okay. Warum küsst der hier so? Wer fängt an? Wer fängt an? Auf jeden Fall, lass mich küsse was im Schwul, ne? Junge, los, wer fängt jetzt an? Ja, ich werde so... Ey, sag nix Falsches! Sag nix Falsches! Ja, ich geh seine Küsse an. Wenn er ein bisschen, keine Ahnung, stattüber kommt, ich bin kein deutscher Fan oder so, ne? Jetzt sagt er 2 von 10. Ja, aber ich gebe 8 einfach. Man hat so ein bisschen mitgefühlt. Also, der Beat war geil, wir haben gut gerappt. Das Video war ja nicht unbedingt gut, ne? Ja, war nicht so heftig. War ja nicht unbedingt ein gutes Video, aber... Keine Words dabei, ne? War ja nicht unbedingt ein gutes Video. Okay, war nicht schlecht. Wie die das gestimmt haben und so, aber... Das Video geht. Geht. Also insgesamt von Video und so Lied. Insgesamt 8 oder was? Wäre das Video ein bisschen besser, könnte 9 sein, aber... Wir haben gut gerappt, Beat war gut, also 8. Soll ich? Okay, also Video ist nichts Besonderes, ne? Würde ich sagen, oder? Also keine besonderen Special-Effekte oder so. Keine, weil es nicht so wichtig, aber... Generell geht so. Das Lied finde ich krass. Würde ich 9 Punkte geben, also auf einer Skala von 1 bis 10. 9. Deano hatte so ein Part, wo er gebrettert hat. Ein Part, wo er so oft chill war. Das feiere ich. Und Nimo war auch. Sehr gut. I like that. Insgesamt 9 von 10. Was sagst du? Ja, ich geb auch ne 9 plus. Ja, also... Das sind keine Schulnoten. Ja, okay. Neun mit Sternchen. Neun mit Sternchen. Ah, okay. Also Musikvideo war gut. Also... Geht? Ich hab nichts dagegen. Warst du nichts dagegen, ne? Ja, warum? Ist jetzt kein... Habe ich was dagegen, oder was? Wir haben alle nichts dagegen. Okay. War jetzt kein Travis Scott, ne? Aber war jetzt... War jetzt gut. Gut gerappt, ja. Sonst hat alles harmoniert. Nur... War schon gut. Ich bin so der Fan von... Boah, boah, er mögst gegen den Kopf, oder? Boah, boah, er mögst gegen den Kopf, oder? Boah, boah. Hacker und Koch, oder? Boah, boah. Mach hittig gegen den Kopf, oder? Boah, boah. Ja. Also 9. 9. 8. Genau. Im Neuschnitt. Im Neuschnitt. Ganz gerne Mathe. Ganz gerne Mathe. Hör auf, hör auf, hör auf. 9.5, ne? Hör auf. So. Ja, sonst... Das war's. Das wär's dann mit dem Video. Dankeschön, dass ich hier angeschaut habt. Like that. My G's. Liken, abonnieren, nicht vergessen. Liken, abonnieren, nicht vergessen. Liken, abonnieren, nicht vergessen. I love you, man. Liken, abonnieren, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cut it. Tschüss. Dang. Ey, level 1. Level 1.